Vor ein paar Tagen war es in aller Munde. Das Vergleichsportal Check24 ist jetzt auch eine Bank. Mit der C24 Bank greift Check24 direkt die sogenannten Challenger-Banken an, wie N26 oder Revolut. In diesem Video erkläre ich euch, was das neue Girokonto von der C24 Bank, von der Bank von Check24 taugt und wann ihr es überhaupt benutzen solltet. Ganz im Sinne des Platzhirschers N26 bietet die C24 Bank ein Girokonto an, das nur über eine App oder hauptsächlich über eine App funktioniert. Das heißt, wenn das nichts für euch ist, euer Girokonto hauptsächlich über euer Smartphone zu verwalten, dann wärt ihr bei der C24 Bank falsch. Die C24 Bank bietet dann ein dreigestuftes Kontomodell an. Das bedeutet, es gibt ein kostenloses Kontomodell, was natürlich eingeschränkte Funktionen bietet, dann ein mittleres für 5,90 Euro und ein teureres für 9,90 Euro. Ein bisschen problematisch sehen wir das ganze Kontomodell der C24 Bank beim Thema Zahlungsverkehr bar oder in der Praxis. Damit meinen wir folgendes. Zum einen gibt es bei der C24 Bank keine Girokarte, also keine IC-Karte, sondern ihr bekommt nur eine Mastercard-Debitcard. Das bedeutet, diese Debitkarte, eine Debitkarte ist ja eine Karte, eine Kreditkarte, die das Geld direkt von eurem Girokonto abbucht. Die funktioniert also quasi auch wie eine Girokarte oder eine IC-Karte. Aber es ist halt eine Mastercard, also eine Kreditkarte. Und damit kommt ihr in das Problem, dass Kreditkarten natürlich gerade in Deutschland nicht überall akzeptiert werden. Also seid ihr so ein bisschen an eine Mastercard, an die Kreditkartenverfügbarkeit gebunden. Und außerdem haben solche Debitkarten noch das zusätzliche Problem, dass sie halt keine vollwertigen Kreditkarten sind. Insbesondere, wenn ihr euch einen Mietwagen mal holt im Ausland, kann das gut und gerne mal Probleme geben, weil die dann eben solche Debitkarten manchmal nicht akzeptieren. Das zweite Thema beim Zahlungsverkehr ist das Bargeld abheben. Beim C24-Kontomodell ist es vorgesehen, je nachdem, ob ihr Lastschriften von eurem Girokonto abgehen lasst oder nicht, dass entweder zweimal oder viermal im kostenlosen Kontomodell ihr kostenlos pro Monat Bargeld abheben könnt. Also nur zwei bis viermal. Da mag jetzt der eine oder andere sagen, das reicht doch, ich hebe einfach einmal im Monat ausreichend genug ab. Aber das hängt natürlich von euren Gewohnheiten ab. Und der eine oder andere wird vielleicht sagen, oh nee, wenn ich dann nur nachdenken muss, ob ich jetzt schon zwei oder viermal im Monat abgehoben habe und dann eben Gebühren zahle, das mag den einen oder anderen abschränken. Und all diese Einschränkungen, sowohl die fehlende Giro-IC-Karte als auch eben dieses eingeschränkte kostenlose Abheben, führen zu unserem Urteil, dass dieses C24-Bankenmodell eher nicht als Erstkonto, nicht als Erstgirokonto geeignet ist. Weil wahrscheinlich braucht ihr schon ein Girokonto, wo ihr euch jetzt nicht so viel Gedanken macht, darum, ob eure Karte akzeptiert wird oder wie oft ihr schon im Monat abgehoben habt. Ja, wenn nicht als Erstkonto, dann als Zweitkonto tatsächlich. Und das ist auch tatsächlich die Strategie von Check24 dahinter. Nämlich das Girokontomodell von der C24-Bank als Zweitkontomodell zu positionieren am Markt. Das hat Check24-Chef Christoph Röttele im Interview mit Finanzszene.de auch so gesagt. Das heißt, man kann gut dieses Kontomodell als zweites Girokonto benutzen auf seinem Smartphone, was den großen Vorteil hat, dass es Multibanking zulässt. Das heißt, ihr könnt bei dem C24-Modell in der App eure anderen Konten, zum Beispiel euer erstes Girokonto, einbinden und seht dann alle Kontobewegungen von allen Konten gleichberechtigt in eurer App. Das verschafft natürlich für Leute, die mehrere Konten haben, einen sehr guten Überblick. Und das sehen wir tatsächlich auch als potenzielle Stärke dieses Modells, dass man hier eine Möglichkeit hat, über eine funktionierende App wirklich alle seine Konten gut im Überblick zu haben. Und diese Strategie auf ein Zweitkontomodell zu setzen, das ist eben die Strategie von Check24, euch in der App dann Vertragsanalysen anzubieten. Das bedeutet, Check24 analysiert die Daten von den verschiedenen Konten, die ihr dort einbindet und bietet euch ganz im Sinne des Vergleichsportals natürlich Vergleiche an. Heißt also, ihr bekommt dann Anfragen, ob ihr nicht beim Strom noch sparen könnt oder bei der Versicherung noch sparen könnt. Und das kann man natürlich schon gut nutzen. Check24 baut so eine ganze Welt an Finanzinstrumenten, an Finanzvergleichen auf, in die ihr eintauchen könnt und auf die ihr euch einlassen könnt. Aber ihr müsst natürlich auch wissen, dass ihr euch darauf einlasst. Wie gut diese Vertragsanalysen dann wirklich funktionieren, wie viel ihr letztendlich davon habt, von diesen Vergleichen, die Check24 euch in der Bank anbietet, das können wir von Finanztip zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beurteilen. Und es ist ja auch so, dass wir Check24 keineswegs in allen Bereichen empfehlen. Bei der Kfz-Versicherung, bei der Autoversicherung, da tun wir das durchaus. In anderen Bereichen, anderen Versicherungsbereichen zum Beispiel auch, tun wir das nicht. Aber ihr könnt es euch ja mal anschauen, solange ihr diese Vergleiche mit einem entsprechend kritischen Auge betrachtet. Ebenso lässt sich noch nicht beurteilen, wie folgendes Modell mal aussehen wird, nämlich das Unterkontenmodell. Das heißt, die C24 Bank wird, wie auch andere Anbieter, wie zum Beispiel MoneyU aus den Niederlanden, wo ihr das sehr zu schätzen gewusstet, die Möglichkeit anbieten, unter dem Girokonto Unterkonten einzubinden. Beim kostenlosen Kontomodell übrigens vier Stück. Diese Unterkonten könnt ihr natürlich dann verwenden, um zum Beispiel da euer Sparkonto für den nächsten Urlaub drauf zu parken oder auch Rücklagen für die Steuer. Also ein bisschen Ordnung in eure Finanzen zu bringen. Aber wie gesagt, wie das aussehen wird, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau sagen. Wenn ihr das ausprobiert, ein Konto zu eröffnen bei der C24 Bank und wie ihr es vielleicht auch im Vergleich zu N26 findet, das schreibt uns doch mal unten in die Kommentare bei YouTube. Da freue ich mich drauf. So viel für heute. Bis zum nächsten Mal.